Fyodor Michaelitsch Dostoevsky Das Krokodil Ein ungewöhnliches Ereignis oder eine Passage in der Passage, die wahrheitsgetreue Erzählung dessen, wie ein Herr gewissen Alters von gewissem Äußeren, in der Passage von einem Krokodil lebendig und heil verschlungen ward und welche Folgen das hatte. Gelesen von Werner Wilkening Am 13. Januar des laufenden 1865. Jahres sprach plötzlich um halb ein Uhr mittags Jelena Ivanovna, die Gattin Ivan Matjejevic, meines gebildeten Freundes, Kollegen und halb und halb sogar entfernten Verwandten, den Wunsch aus, das Riesenkrokodil, das man gegen bestimmtes Eintrittsgeld seit kurzer Zeit in der Passage bewundern konnte, mit eigenen Augen zu sehen. Ivan Matjejevic, der das Billett für seine Reise ins Ausland, die er weniger aus Gesundheitsgründen als aus Neugier zu unternehmen beabsichtigte, bereits in der Tasche hatte, sich also vom Dienst schon sozusagen entbunden betrachtete und sich demzufolge an diesem Tage von allen Pflichten völlig frei fühlte, hatte nicht nur nichts gegen diesen Wunsch einzuwenden, sondern entbrannte alsbald sogar selber in reger Wissbegier für diese Sehenswürdigkeit. »Eine prächtige Idee«, sagte er sehr zufrieden, »nehmen wir das Krokodil in Augenschein. Es ist nicht übel, wenn man, bevor man nach Europa reist, sich schon hier an Ort und Stelle mit Europas Lebewesen, die es dort Bevölkerung bekannt macht.« Und mit diesen Worten reichte er seiner jungen Gattin den Arm, um sich mit ihr sogleich in die Passage zu begeben. Noch nie hatte ich Ivan Matjejevic bei so guter Laune gesehen wie an diesem für mich so unvergesslichen Vormittage, wieder ein Beweis dafür, dass die Menschen nicht ahnen, was uns bevorsteht. Als sie die Passage betraten, äußerte er sich ganz entzückt über den Bau des Gebäudes und als wir vor dem Ausstellungsraum, in dem man das neuerdings in der Hauptstadt eingetroffene Ungeheuer bewundern konnte, angelangt waren, wünschte er aus eigenem Antriebe, auch für mich den vorschriftsmäßigen Viertelrobel dem Besitzer des Krokodils in die Hand zu drücken, ein Verlangen, das ich vor dem noch niemals bei ihm eingestellt hatte. Wir wurden in ein nicht sehr großes Zimmer geführt, in dem sich außer dem Krokodil noch Papageien, eigenartige Kakadus und in einem besonderen Käfig an der Wand im Hintergrunde mehrere Affen befanden. Gleich am Eingang aber, links von der Tür, stand ein großer Blechkasten. Der Form nach einer Wanne nicht unähnlich, den oben ein starkes Drahtnitz zudeckte und auf dessen Boden etwa ein Zoll tief Wasser stand. Und in dieser flachen Pfütze lag ein riesengroßes Krokodil, lag da, regungslos wie an Balken, sinnte mal es in unseren feuchten, ungastlichen Klima alle seine sonstigen Eigenschaften eingebüßt zu haben schien. Dieser Umstand erklärt wohl auch die Tatsache zur Genüge, dass es in uns durchaus kein besonderes Interesse für sich hervorzurufen vermochte. »Das ist also das Krokodil«, meinte Jelena Ivanovna fast mitleidig und in dem gedehnten Tone der Enttäuschung, »Und ich dachte, dass es ganz anders aussähe.« Am wahrscheinlichsten ist freilich, dass sie sich überhaupt nichts gedacht hatte. Währenddessen blickte uns der Besitzer des Ungeheuers ein Deutscher mit ungewöhnlich stolzer Miene an. »Er ist durchaus mit Recht so stolz«, raunte mir Ivan Matijewitsch zu, »denn er ist sich dessen bewusst, im Augenblick der einzige Mensch zu sein, der in Russland ein Krokodil besitzt.« Diese recht überflüssige Bemerkung Ivan Matijewitsch schreibe ich gleichfalls seiner gehobenen Stimmung zu, da er sonst recht neidisch zu sein pflegte. »Ich glaube, Ihr Krokodil ist gar nicht lebendig«, äußerte sich Jelena Ivanovna, pikiert durch die selbstherrliche Haltung des Deutschen, mit raziösem Lächeln sich an ihn wendend, um diesen Grobian zu besiegen, ein Manöver, das die Frauen ja so gerne üben. »Oh nein, Madame«, versetzte der Deutsche in gebrochenem Russisch und begann sogleich, indem er das Drahtnetz aufhob, mit einem Stöckchen das Krokodil auf den Kopf zu pieken. Da entschloss sich das heimtückische Ungeheuer zum Beweise seiner Lebendigkeit, kaum, kaum den Schwanz und die Pfoten zu bewegen, dann erhob es ein wenig seine gefressige Schnauze und gab einen eigentümlichen Laut von sich, ähnlich einem langatmigen Schnaufen. »Schon gut, ärgere Dich nicht, Karlchen«, sagte der Deutsche schmeichelnd, »sichtlich befriedigt in seiner Eigenliebe.« »Ach, wie widerlich dieses Krokodil ist! Ich erschrak ordentlich, als es sich zu bewegen begann«, sagte Jelena Evanovna noch kroketter. »Sicher wird es mir noch im Traum erscheinen.« »Aber im Traum wird es Sie nicht beißen, Madame«, versetzte der Deutsche galant, worauf er über seine eigenen Worte als Erster zu lachen begann. Von uns jedoch lachte niemand. »Gehen wir, Semyon Semyonitsch«, wandte sich Jelena Evanovna ausschließlich an mich. »Sehen wir uns lieber die Affen an. Ich liebe Affen über alles. Einzelne sind geradezu reizend. Das Krokodil aber ist einfach abscheulich.« »Oh, sei doch nicht so ängstlich, meine Liebe«, lief uns Ivan Matijewitsch nach, dem es nicht unangenehm war, vor seiner Gattin den Mutigen spielen zu können. »Dieser schläfriger Einwohner des Haraonenreiches wird keinem ein Leid antun.« Und er blieb beim Blechkasten. Ja, er kitzelte sogar mit seinem Handschuh die Schnauze des Krokodils, um das Tier, wie er später selbst eingestand, zu veranlassen, nochmals zu schnaufen. Der Besitzer der Menagerie folgte indes Jelena Evanovna als der einzigen anwesenden Dame zum weitaus interessanteren Affenkäfig. Bis dahin ging alles gut und niemand sah etwas Schlimmes voraus. Jelena Evanovna